Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Präsident, alles ist voll von Göttern. Das letzte Album des Wuppertalers, Du hast mich schon verstanden, erschien im Juli 2018. Jetzt steht das sechste Album an. Alles ist voll von Göttern, beinhaltet 15 Tracks und kommt mit Features von Elstar, Hiob und Mach One. Das Release kommt über Windig und erscheint als CD und auch als Vinyl. Eno Bonität. Das letzte Release von Eno Fuchs kam im Mai 2019. Nun kommt das dritte Soloalbum des Wiesbadeners. Bonität kommt mit 14 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Miami Yassin, Nemo und Hatar. Das Album kommt über Alles oder Nix Records und erscheint als CD und auch als Box. Hemshow, Knast oder Palast. Hemshow steht bei 18 Karats Label Supremus Musik unter Vertrag. Jetzt steht mit Knast oder Palast sein Debütalbum an. Knast oder Palast beinhaltet 18 Tracks und kommt unter anderem mit Features von 18 Karat und Alex. Das Release kommt über Supremus Musik und erscheint als Box. Moody und Enes Magdob. Magdob stammt aus dem Arabischen und heißt so viel wie Es steht geschrieben. Das Album ist zur Hälfte auf Deutsch und zur Hälfte auf Türkisch. Magdob kommt mit 12 Tracks und beinhaltet keine Features. Das Album kommt über Hayat und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.